Musik Aufhören! Aufhören! Macht auf im Namen Ihrer Hoheit, Dietrich von Bertin! Weiter. Hiermit bezeugen wir schriftlich, dass Herr Otto von Gottes Gnaden, Markgraf zu Meißen, die Stadt Lipzi hat erbauen lassen. Aufhören! 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 Erfnet das Tor! Gleich! So, und jetzt noch das falsche Siegel dran und fertig. Öffnet endlich das Tor und Zeit! Eure Steuern! Oder wir erstürmen die Stadt! Fertig! Ach Gott, ich hab das Siegel verkehrt rundherum gemacht. Oh Gott! Her damit! Egal! Jetzt komm ich! Bin ja schon da! Ihr Herr Dietrich hat hier gar nichts zu fordern. Und das haben wir schmachserfeis. Zufällig habe ich den Stadtbrief dabei. Hier, ausgestellt durch seinen Papa. Otto den Reichen. Im Jahre des Herrn, 1165. Hier, mit Siegel. Tja, wenn das so ist, dann mal nichts für ungut. Also entschuldigt die Störung. Aber gern geschehen. Ist doch keine Ursache. Geht doch nichts über einen gut gefälschten Stadtbrief. Tschüss, ihr Idioten! Tschüss! Leipzig. Seit fast 900 Jahren verbrieft. Und versiegelt.